Du warst in Offenbach, wo hast du was gemacht? Einkaufen. Du hast 300 Polo-Shirts gekauft? Ja Mann, vom Großhändler. Und die vertickst du weiter? Ja, die mach ich hier weiter weg. Du warst nicht deswegen in Offenbach? Doch. Nur deswegen? Nur deswegen, ja. Bist du runtergefahren? Ja. Ich konnte auch irgendwas anderes runterfahren, aber ich versuch so normal. Legal. Genau, legal. Halt legal. Weißt du was ich meine? Halt legal. Mein Ziel ist einfach nur, kaufen und verkaufen. Bisschen dabei Geld zu finden, Taschengeld zu machen.